Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Battlefit Heroes in Let's Play Together Forever Part 10 und blablabla Jetzt ist Vollwoch wieder mit dabei und der Panzer macht Black Dance und es ist so bar Schau, 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 komm, komm, komm Ja, da ist er hier Brenn Brenn Stürm Ein Abonnent von mir, ah, tschüss Abonnent, ein Abonnent weniger, juhu Ah, Winterstuhl-Abonation Ja genau, genau, geh doch zum Tritt auf uns drauf, ey Jawohl, und ein Flugzeug fliegt weg, was ist eigentlich noch normal? der kommt direkt nach Nächster. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Komm her, komm. Hoza. Tschüss. Oh. Ja. Lol. Ey Junge, du sollst dich nicht sonnen gehen. Voll geklaut. Machen alles kaputt. Was ist denn hier los, ey? Guck mal, kommen sie uns wieder alle hinterher hier. Grillfleisch, Kiwi essen. Komm her. Komm her. Aaaaaaah. Na, na, na. Ja, warte mal, warte mal. Ich bin doch noch fast tot, weißt du? Aua. Komm her, Chris Kill. Äh, hier. Guck mal, ich hab alle drei gleichen Hüte. Echt? Ah, Unfall, weil ich ins Wasser gefallen bin. Grillfleisch hat einen anderen. Der ist größer. Der ist größer. Der ist größer. Wenn du in unsere Videos guckst. Ich träg' gar keinen. Ich träg' Ohrenschwitzer. Und sie sind lila. Ja. Ja. Ja, wenigstens steil. Wo sind sie? Der ist rausgesprungen, glaub ich. Ach, kein Beziehung warte auf meiner Mutter. Oh, hier, Apackel. Yeah. Ey, irgendwo, jetzt bist du der härteste. Ich bin der größte. Ich bin der größte. Ich bin der größte. Komm mir, gehen wir ins Auto. Wer zuerst drin ist, mal zuerst. Kiwi-Ess ist schon mal drin. Und Grillfleisch. Ja. Heute. Ich will öfter Strichmännchen mahlen. Ja. Ja. Wartet auf mich. Wartet. Ja, komm. Na, ich hab' auch einen hier. Von mir. Wo sind denn alle? Oh, ich bin hinter dir. Ja. Ich bin viel zu schnell für dich. Ja. Weißt du, ich verfolge einen Baum. Weißt du, ich nehme alle unterwegs mit. Alle bei mir unterwegs ist eingestiegen. Ja, hier ist er. Ach, da kommt einer an. Kam einer an. Hallo. Ich bin der Mischarier. Wo fahre ich jetzt alle? Du sag' was denn, ey. Ich war von erschreckt. Guck mal, wie alle im Auto einstehen. Ja, die kommen direkt alle hinterher. Ja, komm, seid ihr? Wo bist du denn? Komm dich mal abholen. Ja, Kirsche. Kirsche. Na, also mein Auto ist voll jetzt so. Kirsche. Ja, mein Auto ist auch schon längst voll. Die wollen alle bei uns einsteigen, Alter. Wie die Geier. Ja, also mein Auto ist voll jetzt so. Warte. Hallo Mann, ist voll. Warte. Hallo. Hm? Boah, ist das hier so... Boah. Ey, hier ist Punchdown. Ey, Bilzbomb hat er mich erwischt. Nur bei mir ist alles grün auf der Seite. Außer dieser... Kenshi-Kungs, ganz unten. Ich heil mich hier gerade. Ich... 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 Ich hab's verhungern irgendwie. Hallo Mann. Heil mich mal. Ich hab 4 HP. Komm, ein Platz geht noch. Soll immer noch Kirsche. Na. Aua. Jetzt krieg ich dich. Geh weg. Boah. Jawoll. Oh komm. Ja, Drehmanöver. Weißt du? Ja. Weißt du? Der Panzer nervt wohl. Weißt du? Der Panzer nervt wohl. Wurzeugen. Das ist dich. Ja. Kann... Loil. Ja. Mach mal weg da, ey. Mach mal weg da, ey. Ey, das ist heute so ein Fail. Na. Hallo. Ja. Ja. Mann. Immer richtig. Ist klar. Machst du Video. Schraub dich weg. Ah, kein Kill. Ey, das ist meiner. Boah. Alter Kill schon wieder. Ja. Ja. Ja, dann krieg dich doch mal einen Panzer. Ja. Drück wieder raus. Ja. Das hab ich nicht, was ich gemacht hab. Ja. Ja. Ah, da ist einer. Ja. Wo ich mir jetzt. Na. Das war ruck schon wieder in mich, ja. Rückwärts hab ich den jetzt fast... Wo ist er? Na. Haben wir das Auto kaputt gemacht. Oh. 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 Ich nehm auf. Dankeschön. Ich hab's gehört. Du hast mein Leben kaputt gemacht. Hier ist Panzer. Ich brauch nur eure Hilfe. Einfach Sprengladung fertig. Ah. Boah. 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 Genau. Na hier. Oh Mann. Finde ich schade. Naja. Was ist denn da los da bei euch? Ja. Wie gesagt, geh immer rauf. Nein, meins. Oh Gott, ey. Komm, Ding. Na. Super. Ich wollte auf B drücken und nicht auf E. Ja, hab ich immer noch. Da kann es haben. Geh weg. Mein Panzer. Nein. Weißt du, darfst du erstmal die Map wieder lassen. Leck das wieder. Gib die Essen. Warte mal auf mit deinen Geschenken da. Jetzt schleife ich dir mit. Ich lieg da hinten. Komm mal, ich kugel mich ja. Meine Mutter lernt es nicht. Ich sag, ich nehme auf. Die so, ja, okay, dann geht es da raus und lässt aber die Tür noch offen. Ich hab immer noch einen Punkt, doch. 21. Fump. Bumm. Fahr ihn um. Grillfleisch. Grillfleisch fahr ich um. Ich hab für euch alle ein Geschenk. Ich hab genug Geschenke für euch alle. Panzer. Hallo, hier. Na, fail. Da kommt er geflogen. Na, er steht's tot. Komm, voll. Base rape. Aua. Boah. Fast. Fast. Ja, fast. Tschüss. Tschüss. Oh. Ah, eine Kerne, ich hab mich auch abonniert. Schau ich mal aus hier. Oh. Keine Kerne. Ja, heu, es soll ja. Ja. War da nicht sogar schon mal ein Video drin? Hm, keine Ahnung. Wie, ich bin auch Let's Player. Boah. Nö. Ja. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich sehe gar nichts. Wo seid ihr denn? Wo sind sie alle? Ach, da bist du. Achso, ich dachte, du bist Gegner. AFK. Oh. Ich häng's dir fest, oder? Ha. Ja. So. Ja, natürlich. Kannst auch nichts anderes außer klauen. Ich hab noch eine Familie zu versorgen, also. Wir würden, wie, was? Ey, wer war das? Sag nicht. Und du kommst dann? Sag erst mal, welche Spiele und so. Und dann sind Kack da. Ich sag jetzt erst mal gar nichts. Genau. Och, der fährt gegen mich. Der steigt aus und fährt gegen mich. Ist tot. Och, der arme Kerl, ey. Auch noch drei Stück, weißt du? Wenn du dir eine Kontaktanfrage schickst, dann einfach ablehnen. Fertig. So nett bist du ja, oder? Ja. Oh Gott, ey. Was ist denn gemetzelt schon wieder hier? Voll die Tank-Noobs. Ja. So. Dann nervt dich. Ich krieg ja über die PN die Absage. Ich mach das nicht. Ja. Ja. Ja, mach. Das ist die richtige Einstellung. Lass uns doch mal eine Ruhe aufnehmen. Wo sind die denn jetzt schon wieder hin, die alle? Ich hab keine Ahnung. Da hinten ist einer. Die kämpft mal hinten. Guck dir mal an. Oh. Er versucht, mit Granatwerfer zu treffen. Wo sind die denn? Ich komm nicht weiter mit denen. Ach, da. Dreck mir drei Tags drauf. Die arme Sau, ey. Ah. Mein Ah. Pumpen und das ist unser neuesten Mobbing-Opfer. Meine ganze linke Seite ist grün. Nee. Bei mir nicht mehr. Bei mir zwei. Ja, bei mir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf mit euch. Und auf der rechten Seite dieser CS-Player. CS-CSS-Player. Der ist noch. Ja, es sind noch und ich sage das Turnier. Und wehe, meine Freunde, schreibt mich jetzt an. Ich hab hier nett gebeten, nichts anzurufen. Da hinten hier, bei mir. Oh nein. Na. Da fliegen sie. Aua. Warte mal. Hui. Ach man, voll warm. Warte, ich weiß nicht. Ich hab den Geschwistern. Ja, du? Ja, warum nur? Denk los. Ich steig jetzt mal aus dem Tank aus. Und der vielleicht 10 AP hat. Na klar. Ja. Sinn. Nein. Aber so ist das nicht so ein Fail. Na, das ist bestimmt Mike. Der, der gerade rumgeflogen ist. Oh, pass auf, von oben, von hinten. Kommt hier einer und drückt hier eine Rakete in deinen Panzer. Na, hallo. Ich komm nicht. Ah. Ey. Oh. Weißt du, weißt du, woran du merkst? Ich weiß direkt, was die tägliche Mission ist. Die ist im Roadkill mit einem Jeep. Wenn die Affen auf dich zugefangen kommen, immer nur im... Der im Jeep sitzen bleiben. Oh, dieser Royal M16 hat mich jetzt noch geädelt.